Ihr Lieben, in diesem Video möchte ich mich da etwas ketzerischen Frage zuwenden, rein analytisch tatsächlich, wer eigentlich von einer Diktatur profitiert und ich muss sagen, zu meiner Schande, dieses Video ist äußerlich inspiriert durch ein Plakat, durch ein Wahlplakat von einer Partei. Das ist deswegen ehrenrührig für mich selber, weil ich an sich tatsächlich Wahlplakate für kommunikative Umweltverschmutzung halte und sehr bei dem scherzhaft gemeinten Slogan der Partei, die Partei bin, Wahlplakate verbieten, was auf Wahlplakaten steht, selbstverständlich. Das ist nur der äußere Anlass. Ich habe da was gesehen, ich lasse es mal offen, von wem das war, es ist nicht so wichtig und das hat mich zu diesem Video praktisch gebracht, zu den Gedanken dieses Videos, ob man das doch mal Sinn macht, das durchzugehen. Und um es sehr kurz und direkt zu fassen, ich bin der Auffassung, dass wenn man es rein äußerlich betrachtet, von einer Diktatur im Grunde, wirklich nur rein äußerlich erstmal, nur der Diktator und seine allerbest Buddies profitieren. Also wenn man sich anschaut, so rein analytisch, dann ist also die Hoffnung, die immer wieder neu aufkeimt, dass man sozusagen, wenn der eigene Diktator an die Macht kommt, also der vermeintlich gute Diktator, dass man dann davon profitieren würde selber, ist völlig illusorisch. Und das zeigt sich ein ums andere Mal immer wieder neu in der Geschichte, dass also eigentlich die allermeisten bei der Diktatur verlieren, bis eben auf ein paar sehr, sehr, sehr wenige Menschen. Und das merken also wir immer nach ganz kurzer Zeit, wenn es dann wieder mal eine Diktatur gibt, dass wir mitnichten profitieren. Auch wenn wir selber indirekt oder direkt dem Diktator selber an die Macht verholfen haben, profitieren wir nur, wenn wir zum allerengsten Kreis gehören. Und das wollen wir nicht so richtig wahrhaben. Da sind wir Menschen leider relativ lernresistent und lernen sehr wenig aus der Geschichte. Und jetzt wird es also noch sofort sehr viel trickier, denn auch wenn man rein äußerlich hinschaut, droht eigentlich jedem Diktator aus diesem engsten Kreis seiner Best Buddies die größte Gefahr. Also natürlich gibt es auch immer äußere Umsturzversuche oder man kann zum Beispiel das Attentat von Georg Elser auf den Diktator Hitler nehmen. Ja, das war sicher kein naheliegender Mensch, aber die größte Gefahr ist immer aus dem engsten Kreis. Aus zwei Gründen. A kommen überwiegend nur diese Menschen so nah noch an den Diktator ran, also die Best Buddies. Und zweitens ist es halt eine Ressourcenfrage. In einer Diktatur verfügen nach kurzer Zeit nur noch sehr wenige Menschen über die Ressourcen, sowohl das Netzwerk als auch wirklich materielle und Machtressourcen, um den Diktator zu stützen. Und das heißt, das sind in der Regel die Best Buddies. Also das führt dazu, dass der Diktator sich eigentlich nie richtig entspannen kann. Und da kommen wir jetzt so allmählich zum Innerlichen, also zur innerlichen Bedeutung, wenn man also jetzt eher analytisch die psychologische Situation des Diktators und seiner Best Buddies anschaut, also die sozialpsychologische Situation, dann ist es eigentlich eine Daueranspannung, in der sich der Diktator befindet. Also eigentlich, man kann sagen, wenn man rein menschlich hinschaut, eine unmenschliche Lage. Und das führt dazu, dass wenn, egal wer Diktator wird, wenn der Mensch nicht schon vorher ziemlich durchgeknallt ist oder völlig durchgeknallt ist, dann knallt er durch die Situation durch. Und das unvermeidlich. Niemand ist so resilient, dass er nicht durch die Situation, ein Diktator zu sein, selber allmählich verrückt wird. Weil in dieser Daueranspannung kann kein Mensch leben. Das wissen wir heute aus unserer harten wissenschaftlichen, psychologischen Forschung. Dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Also für uns ist gut so ein Wechsel von Anspannung und Entspannung. Da kommt nach meiner Analyse ein Diktator nie mehr rein. Das Leben des Diktators ist kurz gesagt ein Leben in Angst. Anders als man sich das vorstellt, wenn man selber nicht in der Situation ist, ist das die Realität. Und das lernen die meisten Menschen, die überhaupt je in diese Situation selber kommen, Diktator zu sein, lernen es in der Regel zu spät. Also wenn sie nicht mehr zurückgehen können. Also das so zur äußerlichen Lage. Innerlich, wie gesagt, ist es viel, viel komplexer. Also da spielen so viele Dinge rein. Also was wir Menschen brauchen von unseren Mitmenschen, Kurzversion, wir kriegen es nicht mehr. Was wir Menschen brauchen tatsächlich, um nicht durchzuknallen, ist eine gute Spiegelung durch unsere mitmenschliche Umwelt. Und zwar vor allem eine emotionale Spiegelung. Das sagt uns auch unsere heutige psychologische Forschung. Und genau die kriegst du nicht mehr, wenn du in einer extrem exponierten, extrem asymmetrischen Machtposition bist. Das ist strukturell unmöglich. Diese sozusagen, was du menschlich, psychologisch brauchst, in der Diktatorposition zu bekommen. Da geht es nicht nur um Meinungen, also dass die Leute nicht mehr ihre ehrliche Meinung sagen und du bestimmte Informationen gar nicht mehr kriegst oder die immer geschönt sind. Das ist so eher das Äußerliche. Innerlich ist es noch viel fataler, weil wir sozusagen, du kannst auf eine gewisse Weise nicht menschlich bleiben, wenn du in einer Diktatorposition bist. Und das wirklich aus harten psychologischen Gründen, weil wir da was brauchen. Und das, was wir da brauchen, ist auch generell etwas underrated. Also das ist zwar, ich würde sagen, im kleinen Kreis von psychologisch aufgeklärten Leuten heute vollkommen klar, dass es so ist. Aber dieses Wissen hat sich nie ausgebreitet. Also in welchem Ausmaß wir Menschen angemessene emotionale Spiegelung brauchen. Und genau die ist in der Diktatorenposition unmöglich, an die heranzukommen. Du kriegst sie von niemandem mehr. Und das führt dazu, das ist der tiefergehendere Grund, warum du automatisch, wenn du dauerhaft in einer starken Machtposition bist, verrückt wirst als Mensch, wenn du es nicht schon vorher bist. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Denn meine steile These ist, wenn man näher hinschaut und sich rein analytisch dem Problem nähert, kann man sagen, wer profitiert eigentlich von einer Diktatur? Und man kann sagen, eigentlich niemand. Diktatur ist in niemandes Interesse, nicht mal im Interesse des Diktators selbst. Und ähnliche Gedanken finden wir in Teilen bei Hannah Arendt. Die hat da auf andere Weise sie benutzt, andere analytische Kategorien, aber auch auf ihre Art genau auf dieses Problem hingewiesen. Und ähnliche Gedanken finden wir eben auch tatsächlich schon in der Antike, meines Wissens beim Geschichtsschreiber Herodot, der das auch schon analysiert hat in so einer Art, man könnte sagen, Systemvergleich. Demokratie versus Diktatur, was setzt denn das für sozialdynamische Prozesse frei? Und da gibt es also Analysen, also ich würde sagen, throughout history, über die ganze Geschichte, seitdem es sozusagen diesen Systemgegensatz gibt. Einerseits eine freie Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft, andererseits ein autoritäres System, ob wir es nun Diktatur oder Tyrannei nennen. Und da werden immer wieder Gedanken gemacht und es werden eigentlich, ich würde sagen, immer wieder ähnliche Dinge entdeckt. Und als Schluss aus dem Ganzen kann man sagen, tatsächlich ist Demokratie im allgemeinen Interesse, so komisch das klingt. Und Diktatur ist in niemandes Interesse. Was es noch interessanter macht, dass wir immer wieder in autoritäre Zustände zurückfallen, obwohl sie ja in niemandes Interesse sind. Und das ist auch ein kontraintuitiver Gedanke für viele heute. Also sozusagen im Sinne von, wie kann denn das sein, dass etwas passiert, was in niemandes Interesse ist. Wir sind aber auch in der Lage, das zu denken bereits in Jahrtausenden von Jahren, also in mehreren tausend Jahren. Also seit mehreren tausend Jahren sind Denkformen beobachtbar. Also gerade, ich weiß nicht, wie es außerhalb Europas ist, dort sicher auch. Ich meine, überall auf der Welt gibt es kluge Menschen, die sich die sozialdynamischen Prozesse anschauen und sich dann ihren Reim drauf machen. Aber ich kenne halt leider nur die europäische Tradition. Und in der europäischen Tradition kann man sagen, immer wieder hat man neu entdeckt, dass wir in unserer gemeinsamen Sozialdynamik Effekte freisetzen, die in niemandes Interesse sind. Und das führt uns also ganz weit weg von verschwörungstheoretischem Denken. Nach der Devise, Diktatur kann nur entstehen, wenn es in irgendjemandes Interesse liegt. Und das ist, kann man sagen, analytisch nicht notwendig so. Es kann so sein, aber es muss nicht so sein, weil wir eben entdecken, also oder weil wir wissen heute oder schon länger wissen, dass es Zustände gibt, die sich herstellen, obwohl sie niemandem dienen. Und das ist so, ich komme immer aufs Gleiche, ich hoffe, ich ermüde niemanden damit. Ein Beispiel dafür ist der Krieg aller gegen alle, den der Sozial- und Politphilosoph Thomas Hobbes zum Beispiel analysiert in seinem Libertan als sogenannten Naturzustand oder Status Naturalis. Das ist also ein Beispiel dafür, dass es denkbar ist, wie eine Logik, ein Zustand sich herstellt, den niemand haben will, niemand will ihn und er entsteht trotzdem. Oder spieltheoretisch ist es zum Beispiel das Gefangenendilemma oder die Tragik der Almende oder Tragödie des Gemeinguts auch manchmal. Das sind so Beispiele für, alle handeln im besten Wissen und Gewissen und am Ende steht ein katastrophaler Zustand, obwohl niemand den haben will. Und ich würde das Phänomen der Diktatur tatsächlich in diese Kategorie stecken wollen. Und nochmal abschließend, nur dass ich es gesagt habe, wir haben gerade in unseren reinen Fantasieprodukten, also in dem, was vermeintlich mit unserer Realität nichts zu tun hat, sondern, ja, keine Ahnung, im literarischen Bereich als Belletristik bekannt ist oder eben Filme und Serien, immer wieder solche Bilder von guten Diktatoren oder guten Tyrannen oder guten Herrschern, ja, die werden also immer wieder neu zitiert und neu aufgewärmt. Und ich möchte einfach sagen, diese Bilder sind alle irreal, sie sind psychologisch alles andere als plausibel. Wir kriegen da also tatsächlich, jetzt wird es quasi platonisch zu meiner Schande, wir kriegen so Zerrbilder, ja, wir kreieren uns unsere eigenen Zerrbilder von, dass sowas wie gute Diktatur möglich ist. Das ist aber in der Realität nicht der Fall. Das sind Fantasiegebilde, dass es gute Tyrannen geben kann. In der Realität gibt es genau die nicht, weil es sie gar nicht geben kann. Und zwar eben aus sozialdynamischen Gründen, aus psychologischen Gründen. Also nochmal, lange Rede, kurzer Sinn. Diktatur ist tatsächlich für alle, ausnahmslos alle Menschen schlecht. Demokratie ist tatsächlich für alle, ausnahmslos alle Menschen gut. Und wenn man dann soweit ist, kann man sich zu der steilen These versteigen, also das rückblickend gesehen, wenn sie mal da ist, die Demokratie tatsächlich keinerlei Feinde hat, anders als das heute erscheint. Demokratie ist tatsächlich der seltene Fall eines Win-Win-Win-Win-Win-Spiels oder eines Win-Win-Win-Win-Win-Zustands, in dem tatsächlich niemand verliert. Und das ist so ungewöhnlich, dass wir Schwierigkeiten haben, uns das vorzustellen oder für real zu halten, dass es sowas in der Realität wirklich gibt. Aber es gibt es, zum Glück, ja. Und dazu muss man aber extrem analytisch und sehr weit von abgegriffenen und heute als selbstverständlichen Kategorien weggehen, um also zu diesen, ja weiß ich gar nicht, merkwürdigen Gedanken zu kommen, auf denen ich so rumreite. So, und jetzt verlinke ich wieder mal eine Menge Artikel, die ich zum Thema geschrieben habe, schon vor Jahren. Und, ja, wer sich das antun will, ihr Armen, der kann sich das antun. Und, ja, was ich zu dem Thema jetzt so direkt zu sagen habe, habe ich, glaube ich, gesagt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag und verbleibe wie immer mit Ceterum Censio, Isonomia am Esse Sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Demokratie, die Isonomie, die Politi gelost werden muss.